und somit herzlich willkommen zurück zu ready or not keine ahnung wer nir schießt ich habe mir jetzt trotzdem eine m4 hier geschnappt ich glaube es ist eine m4 oder m16 eins von python einfach um vielleicht noch ein bisschen schneller und weiter schiessen zu können doch reporting wants to move her we gotta make sure you need a medical hands on your head do it now get down on your hands on your head move put your hands move in and clear put your fucking hands up police get down ich glaube hinter mir ist eine bombe gefährlich weil da der andere noch war aber ich meine wir müssen sie blue red fallen behind over there on you land mich jetzt entschärpen die uhr tickt drei minuten haben wir das braucht so lange drei minuten haben wir schon shit 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 talk to element all right by the kids blue team all team enter and clear don't move keine ahnung wo der typ ist police roger ja du kannst von mir was da bleiben nö 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 So, save. Küche. Rolltür. Hatte gesehen, wie ich mich docken wollte. Lass, 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 lass. Ach, lass, 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 lass. Ach, lass, 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 lass. Nee, kann ich das noch nicht tun müssen? Shit, egal. Talk reporting. Trailer ist in, die Knie. Arrest her. Kaufer. Get down, now. There, move. Over there. Down on your goddamn knees, now. Good to go. Talk to entry team. Put your hands up. Roger. Das ist die andere Bombe. Shit, ich schieße auf die Bombe. Ich duck mich. Das Spiel manchmal ist so intensiv. So intensiv, wirklich. Komm schon, komm schon. Okay, haben wir. Alle noch da? Ja, alle noch da. Jetzt brauchen wir aber noch die andere Shooter. Okay. fang, 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 fang Warte, wenn ich überfordert bin, drücke ich so viele Tasten Ja, sorry Ja, das war ich aber nicht Ist das gerade noch unser Aspekt? Bring die Orden in Chaos Ja, ich weiss, eigentlich ist es ja gesaved Aber theoretisch wissen wir gar nicht, wieviel Suspects ja hier wären Von daher Ist es ja eigentlich ein bisschen doof, wenn man das weiss Dabei wüsste man es ja eben nicht Ich losse Du bist auf der Boden, um die Hand zu errichten Polis, um die Hand zu errichten Hand zu errichten Hand zu errichten Hand zu errichten Entfernt Entfernt Ich hör noch jemanden. Ok, da sind die anderen. Ich hab den Raum gesichert, save. Perfekt. Chem Light out. Das Problem ist eigentlich, wie du wirst. Sonst könnten ja vielleicht doch noch mehr Shooter hier sein. Ich mein, wir wissen das ja nie. Alright, auch Clear. Dann alle antreten. Ich weiss nicht, haben wir jetzt den oberen Ding gesaved? Ausgesichert? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Fall ist. Ich geh nochmal kurz zurück und backtracke ein bisschen. Da waren wir drin, da waren wir drin, ok. Ok. Der Hörsaal hier ist halt ein bisschen gross. Halt das auf die Tote. 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 Genau. Da waren wir. Chem Light. Let's roll. Halt das auf die Tote. Draussen waren wir noch nicht. Da geht's noch ein Stock weg weiter runter. Warten wir noch kurz. Warten wir noch kurz. Küche war Clear. Hier ganz kurz schauen. Hier hat sich niemand versteckt. Sieht Clear aus. Die Ballitzimmer waren auch Clear soweit. Draussen ist natürlich immer noch unsafe eigentlich. Hier war noch jemand drin. Ja, ich pute ihn in Handcuffs, nicht du. So, ist noch jemand. Hier war auch safe. Chem Light. Und auf die Tote. Äh. So. Dann sehen wir den einen Platz, der. Hei, die Tote. Beim Schwerf. Es sind schön. Ich bin sicher und sicherlich. Ich habe es. Na, caher und Beber dich hoch. Jetzt sind es zurückgegibt. Hier wieder einander. Hier war, glaube ich, auch safe. Ja, hier geht's wieder zurück. Dann haben wir. Hier geht's raus. Drüben waren wir hier auch schon hier unten. Ich glaube, diesmal haben wir's. Aber ich glaube, alle beide Leute tot sind. Alter, alte Knochen schon nicht. Auch safe hier? Einer habt ihr, okay. Da geht's raus. Okay. Diesmal haben wir's geschafft. Nice. Alter. Another size, the unauthorized use of force, deadly force. Einmal haben wir wahrscheinlich jemanden leider umgeschossen. Das ist ein B. Perfect. Gestresst, gestresst. Eigenschaft, Ernährungsberater. Okay. Weird. Aber es lief schon mal besser. Trotzdem mega intens das Game, also. Die Mission war echt schwer. Wirklich schwer. Gestresst. Zum Glück haben wir ja so viele Leute hier. Müssen wir die beim nächsten Mal austauschen. Und auch in die Therapie schicken. Aber wie... Wie macht man das nochmal? Hab ich irgendwie vergessen. Ich dachte eigentlich hier über das Menü. Ah, da. Zur Therapie schicken. Zur Therapie schicken. Weil sonst... Hauen die mir gleich wieder ab. Ah. Ich muss es noch bestätigen. Therapie ist voll. Drei Leute können hin. Alright. Dann würde ich sagen... War es das wieder... Für diese Folge von Ready or Not. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. No! Somebody, please help! Get back! You can still make it out of this. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready? You can still make it out of this.